Klar, Monster in Videospielen, das ist jetzt nicht wirklich ungewöhnlich. Aber da wir heute über Godzilla reden, schauen wir mal auf die Spiele, in denen ganz in japanischer Monster-Tradition gesamte Städte dem Erdboden gleichgemacht werden. Rampage zum Beispiel haben wir euch ja neulich schon in unserem Dinosaurier-Special vorgestellt. Gehört aber tatsächlich zu den Spielen mit den kleineren Monster-Exemplaren. Es geht nämlich auch noch wesentlich größer und krasser. Die Reaper in Mass Effect 3 zum Beispiel sind schon echt gigantisch. Oder das hier, Satan aus DMC. Und dann gibt es noch dieses Viech in Resident Evil 6. Unsere fünf Lieblingsmonster-Attacken folgen aber jetzt. Sim City Natürlich muss man, wenn es um Städte und Zerstörung geht, auch dieses Spiel nennen. Und das, obwohl hier eigentlich riesige Metropolen errichtet werden sollen. Allerdings gibt es schon seit dem ersten Teil die Naturkatastrophen, zu denen auch Monsterplagen gehören. Im ehrwürdigen ersten Teil legt auf dem Super Nintendo zum Beispiel Bowser alles in Schutt und Asche. Später kommen zum Beispiel UFOs und außerirdische Kolosse dazu. Im neuesten Teil sehen die Monster aus wie aus Spore. Resistance 2 Resistance mag vielleicht nie die Erfolge eines Killzone auf der Playstation gefeiert haben, aber eines kann der Exklusiv-Shooter dann doch deutlich besser. Die Monster. Teil 2 wirft euch ein besonders prachtvolles Exemplar vor die Flinte. Den Leviathan, der im großen Endkampf einfach mal die halbe Stadt einreißt. Earth Defense Force Insect Armageddon Sagen wir es gleich mal gerade heraus, die Earth Defense Force Reihe ist Trash. Und zwar von der banalsten Sorte. Für die einen ein hässliches Dauergeballer ohne Sinn, für die anderen ja irgendwie auch. Aber die haben Spaß daran, wie hier in Insect Armageddon Unmengen an Rieseninsekten wegzuballern und die Hälfte der Stadt. Interessanterweise ist der Spieler hier nämlich für den eigentlichen Großteil der Zerstörung verantwortlich. King of the Monsters Wir reisen deutlich in der Zeit zurück ins Jahr 1991. Auf dem Neo Geo erschien damals das hier. King of the Monsters. Ein Spiel, das nicht nur im Namen deutliche Verweise an Godzilla trägt, sondern in dem er auch nicht vorkommt. Ja, richtig, in King of the Monsters kommen zwar Bieste vor, die aussehen wie King Kong, Godzilla oder der Mumienmann? Mumua? Mumua? Egal. Da SNK aber keine Lizenz besaß, catchen wir einfach mit namenlosen Riesenviechern die Stadt zu klump. Godzilla, destroy all monsters. Und natürlich darf in dieser Liste auch der wahre König der Monster nicht fehlen. Viel Glück hatte Godzilla mit seinen Spieleauswertungen ja eher nicht. Hier haben wir aber einen der besseren. In Destroy All Monsters macht man genau das. Monster destroyen. Und zwar all. Sorry. Habt ihr noch Vorschläge für Monsterspiele? Dann gern ab in die Kommentare damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal.